Hallo und Willkommen bei 3D World. Mario 3D World. Ja, ich wollte eigentlich nur anders sagen, umsonst. So, wir haben geschlagenes, eines, eines, genau, ein faszinierendes Leben, dass Emily sicher am Start vom nächsten Level mit den komischen, wie heißen die Namen, Fuzzi, in der Fuzzi-Fabrik sofort verlieren wird. Das dauert keine, ähm, 20 Sekunden. Nein, ich meine im Level 20 Sekunden, ab jetzt. Oh, sie, sie, sie lebt noch. Oh, warte mal, was bewegt sich? Was bewegt sich? Oh, da unten sind die Fuzzi-Fu. Wow, da unten sind die Fuzzi-Fu. Ja, die Fuzzi-Fu. Ah, die habe ich nicht gesehen. Da, 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 da ist der Stempel. Oh, da, 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 da Ah, ja, ich seh's! Ja? Ups! Pau! Pau, Pau, Pau! So, ich hab's geschafft. Ja, ich weiß, was soll ich dazu sagen? Richtig? Super gemacht! Du musst laufen, Papa! Ich bleib da hängen! Oh, ich bin hängen geblieben. Du musst das mal an. Ja, stellst du da! Bestimmt, wir haben jetzt ein Leben. Haha! Nein! Nein, nein, nein! Ich komm da nicht hoch! Ich komm da nicht hoch! Daddy! Ich komm da nicht hoch! Ich hab ein Schadebecken. Hey, das ist doch wieder ein legendärer Start in den Abendtag. Wann auch immer ihr schaut. Morgen Mittagabend. Nacht. Früher Vormittag. Es gibt ja was aus. Ja, weiß nicht, wann die Leute schauen. Schreibt doch mal, wenn ihr die Videos immer schaut, zum Lachen. Vielleicht lachen sie einfach sich tot oder kaputt oder... Ach, ich bin kein Toten. Ich bin... Ich bin Mario! Ich bin Mario! Okay. Olga, es ist nicht krank. Das war nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich kriege... Ich bin ein bisschen mehr krass. Es geht um den Punkt, es geht um den Überlegen. Es geht um den Tod. 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 Holos denk, holos denk, holos denk. Holos denk, holos denk. Holos denk. Dort bin ich. Doch nicht. Was tut! Du musst weitergehen!! два... Ja nicht weitergehen, genau das ist das Problem. Boah, die kommen. Hilfe ich komme nicht weg. Ich komme weg. Ich komme doch weg. Ja... das ist richtig wir müssen da rüber zack 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 ja ich auch nicht mehr egal wir müssen da rüber und da rücken dann ist der Stern wir haben die schon ich bleib da weißt ich bleib da einfach hin was tust du ich hab noch nix gemacht nix wo liebst du das ist das danke das hat du aber sehr gut gemacht spring das ist gern ja warte du witzbold da sind die Fuzzis da sind die Fuzzis da sind die Fuzzis ich weiß das die Fuzzis machen uns da ist ne Tür ich geh in die Tür ich komm nicht mit die Fuzzis nehmen dich ein lauf da sind die Fuzzis da sind die Fuzzis die sind weg nein 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 du bist zu gemein du bist zu gemein warte hast du auf mich gewartet du hast auch den Stempel eingesammelt ja du hast alles eingesammelt ja du hast diesmal alles eingesammelt ja nur den einen Stern nicht warum hast du den einen Stern nicht gewählt oh ein Fuzzis ein Fuzzis mit Rücken mach mal hin jetzt aber für dich hast du so viel eingesammelt dass du nicht viel Abstand von den Punkten ich wollte es nur sagen hey das Schwammerl ist wieder da warum ist das Schwammerl wieder da weil es nicht wie das Schwammerl weiß ich nicht jeder weiß dass es sinnlos ist ja weil es so ist ich möchte aber zum Moserkampf meine Figur behalten nein dann werde ich schon mal ich will Feuer meine Krone na du kleines Ding meine Krone meine Krone meine Krone ich wollte sie ja wegschnappen aber dann springt die Krone immer da hin wo sie hinfällt ist das gemein stopp Röhre da ist eine Krone die Wolke müssen wegschnappen oh das ist wieder so ein 10er Aufgabenteil 10er das sind immer 10 Ballabend im Rätselhaus warum wir wollten tauschen du bist ein Held du bist ein Held danke ja wir müssen es nur machen du warst super du warst super ja ich habe wenigstens gleich da das Spielkult Aua wir müssen es nicht schaffen dann sind wir aus ich habe es geschafft ich habe es geschafft geh rein nicht wir dürfen jetzt noch einmal hüpfen noch ein Hüpfen ja hast du es verstanden? ja mal hin jufu hast du es gesehen? das war spring spring schmeiß dich du musst mit Y festhalten mit Y festhalten und schmeiß und schmeiß du musst doch nur das Ding festhalten so Y festhalten Y festhalten die Teile festhalten so spring einmal spring dich so rein da Y musst du die Teile einfach festhalten zack so und da dann wieder und da müssen wir das Pau treffen wenn wir das Pau treffen ja ich bin ich bin so ein du musst doch Y ja so und dann schmeißt es das Pau ich habe gegen Pau ah ne da unten war noch ein Pau hast du es gesehen? ja da müssen wir das Pau Pau treffen ich habe da nie geschmissen was tust du eigentlich? nicht treffen ja ich auch nicht das ist super das ist nicht schwer das ist einfach mies nein ich ich habe jetzt jeden Stern da gesammelt ich wollte es nur sagen siehst du Stern nächstes Stern nächstes Stern spring nicht das Rohr was tust du? geh doch da rein ich probiere wenn ich es einsammle verstehst? ja mit dem Ding also danke du sollst da gegen die Teile schießen was tust du? ja dann sammeln ein boah 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 ich habe eben mehr Punkte weil es noch mal 5000 ist ja und ich habe alle Sterne eingesammelt bis auf einen wow du hast 5000 Punkte und einen Stern ja na na nein du böse du bist böse nein bin ich nicht ich nenne das echt echt da ist eine Wolke du musst die Wolke berühren und A drücken dann taucht es auf da taucht nichts kein Wolkenzauber da taucht nichts auf nö da taucht nichts auf ok was solltest du da ja keine Ahnung oh ein Panzer da war ein Panzer da war ein Panzer da war ein Panzer bosa bom bom na ich bin was bin ich das ist dann bist du ja tot aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin wo sie jetzt kommt da oh aus oh 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 du 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 das ist sie nicht am stern und ich habe voll viel auf einmal gesiegt ich habe ich habe es gesehen dass es nicht geschafft ich habe gesehen dass ich den ding zerplatzen lassen was war das was war das hallo wo bin ich ich habe nichts gesehen ach ja toll ich dachte das ist ein Stern aber ich mag nicht was ist da jetzt nicht ich bin ein Held ich bin runter gefallen kannst du da einfach auf die teile drauf rufen nicht so stampfen wo bin ich ja wir haben kein Leben bitte pass auf, bitte pass auf, bitte pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, was tust du? was tust du? was, was? da oben ist Geld, da leben, Geld, stampfen, Stern holen, holen, Stern ich habe nicht gemisst, das hat jeder gesehen voll, du bist einfach gelaufen, bist einfach in den Abgrund gewollt du bist gespringt, warum? wir haben kein Leben und du sprintest du siehst nichts und sagst ich sehe nichts weil es so weit vorne ist und dann sprintest du nichts ja Hilfe, die Hilfe wirst du nicht bekommen liebe Fee, es tut mir leid das wird nichts das wird nichts, 10, 10 Leben du hast gebrückt, krank schon ich bin tot ich bin Luigi aber du wirst das einfach machen und ich auch, weil wir einfach super schlecht sind merkst du das nicht? die lachen uns doch alle aus die schauen uns an und denken sich ha, was ist das? was für eine Gemüse, was sich lustig macht, ist wie wir spielen weil ich wirklich selber will mich lustig machen aber das darf man nicht wissen ha ha, ich habe es erwischt ich bin so wunderschön das ist nicht mein nur weil du nicht spielen kannst, das heißt das ist automatisch nicht schuldig weil du nicht spielen kannst ich bin so wunderschön ich bin so wunderschön ich bin so wunderschön es ist egal es ist egal nichts als die Tatsache Piau ha ha, ich habe es erwischt wuuh, war so weit belastet schwer ich habe es stark toll, danke du hast es jetzt so gestampft na, du hast es so geschwissen nein, ich habe es nicht in meine Hand gehabt anscheinend nicht lass du mich springen warum springst du von mir weg? bist du war, 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 nein nein ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen ja toll ja toll sammelt es ging es mit deinem oh Gott, bin ich schlecht Achtung Achtung das ist los warum sagst du nichts da kommt nicht Feuerball du hast mich runtergeschopst find ein du hast gestampft und die Stampfwelle hat mich runtergeschossen wo bin ich? wo, wo, wo? du bist tot ja, ich habe es gesehen, habe ich mir runtergefallen warum? ja 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 was war das? ja du kannst nicht zurück, dann stirbst du ja 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 da war sicher der Stempel ja 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 du hast mir auch das ich bin gesprungen ich darf jetzt nicht sterben ich habe ihn erwischt was machst du? du hast mich in den Tod geschubst ich habe nichts gemacht du hast mich in den Tod geschubst ich hab ihn doch erwischt was man das von vorne warum machst du dich warum machst du was wahnsinniges bist du irre du kannst doch das nicht ja aus versehen habe ich das nicht für sonst wo bin ich du bist im boi was haben wir jetzt ein kündnis was haben wir jetzt irgendwo da irgendwo da muss der stern sein du machst es kaputt vorsichtig ja und oh oh ich brauche nichts ich darf mich nicht mehr spielen ich darf mich nicht mehr spielen ich darf mich nicht mehr spielen danke 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 deine aufmerksamkeit bitte wir brauchen hier eine Worte zu spät was ich mach den dafür jetzt platt nein das mach ich nicht nein weil ich bin einfach im hinlaufen weil ich bin ja unbesiegbar tot ohne laufen so geht das schreckt aha meins mein mein ja 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 ja